Conny, jetzt tröpfelt es hier hinten auch, so wie draussen, aber wir sind im neuesten Keller, in dem ihr habt, erzähl mal etwas über die Entstehungsgeschichte, bevor wir auf das Thema Whisky eingehen. Also wir sind jetzt hier in unserem Whiskykeller und dieser Whiskykeller ist eigentlich entstanden, weil wir zu viele Verluste haben und natürlich auch ein Schauobjekt für Kunden haben wollen. Wir wollen auch dem Kunden das näher bringen und das war natürlich der Grund, warum wir das eigentlich so ein Bau haben. Jetzt, wenn man dann überhaupt hier reinkommt, ist alles Gute schon passiert, was es braucht, um den Whisky auf den Weg zu bringen. Schauen wir also in die Brennerei hinein, wir sind dort am Brennen, seit Jahren eine grosse Passion von dir. Mit wem brennst du mittlerweile zusammen? Ich habe mitgekriegt, ihr habt jetzt auf den 1. Mai etwas ganz Spezielles vor. Ja, wir brennen ja zum ersten Mal jetzt in diesem Jahr eine Whisky, die von drei Brennern eigenständig hergestellt worden ist. Das ist Urs Lüthi vom Ue und die Schwabe Manuela von Rüthi bei Böhrer Oberwil. Jeder Brenner tut einen Teil von seinem Brand in ein Fass, in ein gemeinsames Fass und dann nehmen wir nachher in vier Jahren wieder raus. Deshalb ist das Motto vom heutigen Tag, drei Brenner in ein Fass, in vier Jahren drei Brenner aus dem Fass. Und vielleicht in einer Kurzabhandlung, was kommt denn alles in, als Fass hinein, welches sind die Ingredienzien, die dazugehören? Also unser Rohstoff ist ganz klar der Bierwürze, das ist eine Würze, die extra für eine Whiskyproduktion hergestellt wird. Und die wird brennt, destilliert. Das gibt dann den neuen Spirit, einen farblosen Schnaps eigentlich. Und der kommt dann durch das Fass und durch den Geschmack vom Fasskörper die Aromen, die der Whisky dann auch in sich hinein dreht, rüber. Wie bist eigentlich du zum Whisky gekommen? Ich meine, hier im Baselbiet ist ja der Kirsch eigentlich das Prunkstück. Alle sind am Obst zu machen. Und der hat es irgendwie in die Richtung genommen. Hast du irgendwie schottische Vorfahren? Also schottische Vorfahren ist mir noch nicht bewusst, aber wir könnten mal weiter zurück verfolgen. Ja, noch nicht, aber ich weiss das nicht. Auf jeden Fall, Obst und Brand sind natürlich auch unsere Hauptspezialitäten, nach wie vor. Aber wir haben einfach gesagt, wir wollen das Sortiment breiter gestalten. Und das ist natürlich dann auch ein Kundenwunsch gewesen. Ich höre sehr viel auf Kunden, mach das, kannst du das probieren so. Und diesen Kundenwunsch, dem sind wir nachgegangen. Und wir haben heute mittlerweile am 28. Februar das 10-jährige Whisky-Jubelé um gehabt, wo wir den ersten Whisky destilliert haben. Und das gibt es alles auf dem Weidhof und das kann man trotzdem auch das ganze Jahr bei einem wunderschönen Spaziergang, denke ich mal, besichtigen, oder? Da muss man vorher da rufen, nur wenn man Spezialwünsche hat, oder? Das ist so für eine Degustation, eine Gruppendegustation sind wir aber froh, wenn wir dort Plätze reservieren können, weil wir immer Besucher haben und es macht sich dort weniger gut, wenn wir Besucher und eine Gruppe haben, die man immer davon muss. Darum sage ich, so Gruppen ab 6, 8, 10 Personen schnell ein Telefon geben, als es reicht, ob der Raum frei ist und die haben uns eigentlich voll zur Verfügung. Und dann muss man aber einen Chauffeur mitnehmen, oder? Je nachdem, ja. Aber auch nicht alle. Die, die wirklich sagen, es gibt ja... Es ist eine Degustration, es ist nicht ganz genau so, ja. Degustration Untertitelung des ZDF für funk, 2017